Warte geht's! Oh, ein Känguru, ein Känguru. Oh. Das war zwar eine Bombratte, aber... Achso. Guck mal, ein Banter! Oh, kann man auf den reiten? Mach ich doch gerade. Oh, die... Können die auch irgendwas cooles? Oh, haufenweise... Nein, das ist alles Crystal-abhängig. Ja, haufenweise Crystal-abhängig. Crystal-abhängig. Jo... Kannst mal warten. Ja, wenn du so langsam bist. Oh, ich bin ja... Ja, ja, ja. Du bist der alte Sack. Ja, 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 ja. Die Musik ist schön im Hinterland. Ja. Diese Buschmucke... Diese Buschmucke! Oh, jetzt. Warte, warte mal, jetzt schaffe ich... Es geht nicht, dann müsstest du... ...dunkele Seite verschen. Aber du bist ja ein guter... Oh, entschuldigung. Ein guter? Was? Echt? Ja. Wuset ihr das nicht? Obi-Wan übernimmt dann später... ...dach weh das Posten. Genau. Oh, der Ex-Tasie-abhängige! Äh, Crystal war's, ne? Ja. Ich verwechsel doch noch. Mein Gott, Crystal! Okay, gut. Der Herr könnte jetzt mal... Ich könnte ja mal einen Weg bauen, ne? Und ich baue was anderes. Ey, mach... Ach so. Mach dir mal nützlich! Okay. Dann... Ich schieße immer noch. Geht das nicht schneller? Hallo? Schieb schneller Junkchen. Junkchen? Ja. Okay, du bist zwar der alte Sack, aber Junkchen lass ich nicht auf mir bieten. Auf mir bieten? Auf mir bieten. Auf mir sitzen. Ach ja, Buschmuck. Was gibt's schöneres als Buschmucke? Zweimal Buschmucke. Doppelte Büsche. Schon wieder ein Banta. Ja, ich bewege meinen Kopf hin und her. Oh, guck mal. Ich sag mal haufenweise ist das. Was? Oh, ist ja nicht süß. Ob ich denn hier überall laufen kann? Probier es doch aus, wenn ich mich hier mal nützlich mache. Ida, aber so vielleicht ganz schön, weil wir die Nacht benutzen mehr ein bisschen zu helfen. Ach nein, Durst. Auch Starts gefunden. Nicht gut. Okay. Dann benutze die Macht. Ja. Das sogar nicht mehr. Ne, doch. Das auch. Also beides ja. Und das andere auch. Ja. Und das kann ich hoch den und die den Weg verbrauchen. Und jetzt kannst du mir wieder den Weg beimachen. Das hier ist vor das Coop-Rätsel. Hast du den? Achso. Oh. 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 Du hast es wieder mal nie geschafft hier. Ja. Du sollst dich schämen. Und da kommen wir jetzt voll Coop-technisch. Und das beides machen. Oh mein Gott, ein Coop-Rätsel. Und das sogar gleichzeitig. Staubsauger. Oh. Sag mal, ich sag das nicht eingesammelt. Gehen wir hin. Ah, ist doch klar. Gehen wir hin. Den Staubsauger. Hör. So sieht also aus der Reine Samtraupe aus. Ein Müller einmal ein Laufen. Oh. Hier sind die Personen, die wir eigentlich noch finden müssen. Ich will auch ein Laufen. Ein Müller einmal. Hihi. Ja, verwirr die nur. Oh. Ich bin ganz böse, ich hab die Java grad verdroschen. Obwohl ich die Jawas nie leiden konnte. Warum auch? Ja. Die Klauen. Die du grad gesehen hast. Unsere schönen Droinen. Ja. Unseren schönen R2D2 und C3PO. Was die in Wirklichkeit gar nicht getan haben. Nein, aber... Na ja. Die Weckmüller einmal. Ein GONG-Truide. Aus dem Weg. Kein GONG-Truide, sondern ein GONG-Truide. Verstehst du? Ja. Mein Gott, mir hat echt einen Kontext gemacht. Ich glaub, dafür komm ich in die Hölle. Na ja. Passiert. Ich seh schon vor mir 50 Dislikes. Für den GONG-Truide. Oh mein Gott. Mach dich kaputt. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist ein Gong-Truide. Ah, ich wiss, ich wiss. Ich hab's. Na klar, mach die Dinger nur kaputt. Brauchen wir die? Eigentlich nicht, nee. Guck mal, wir brauchen noch einen zusammen, um den kaputt machen kann. Aber den hat drin. Den brauchen wir. Den brauchen wir. Den hier? Nein. Den, den da drin. Achso, ja klar. Der da. Also den hier brauchen wir nicht, okay. Wer war beseitigt hier. So. Ein R2. Mit R2s Hilfe schaffen wir es jetzt auch weiter zu gehen. Wollen wir die anderen auch noch befreien? Also die anderen rein? Wissen wir unbedingt. Wissen wir nicht, willst du? Ja, genau. Können wir ja machen. Jo. Hier ist noch so ein extra Teil. Ja, das kann man. Jetzt die, geh weg. Oh, ich bin getötet. Was bewegt dich hier? Na komm. Ähm. Ja. Okay. Brauchen wir den? Nein. Wozu auch? Das ist alles Müll hier. Alles Abfall. Okay. Was ist er denn, hm? Was ist los? Danke. So macht das ein echter Mann. Oh. Hier drin ist noch eins. Wo? Da hinten, ne? Ja. Wenn der Typ mir nur mal folgen würde, dieser Robin. Ich habe die Macht. Ja. Und du hast gerade erst von D2 weg geschoben. Einen wehrlosen Druid. Okay, und weiter im Text. Hier wird klar, wo? Oh. Oh. Hier kommt ein weiteres extrem schweres Scheiterrätsel. Scheiterrätsel. Achso, verstehe. Dass du nicht hinkriegst. Ach mal, nimm den ersten hier wisch. Warte. Ah. So. Jetzt tu nicht so jetzt. Oh. Passt du. Was ist denn zusammenbauen? So. Jetzt müssen wir C3-4 befreien. Ich bin da so ein Kronk-Troider. Oh. Mach mal diese Typen tot. Die schocken uns. Ey. Rausch. Piss dich. Ey. Oh. Geh weg, Kronk-Troider. Jetzt kommst du auch in die Hölle. Okay. Und ja. Und C3-4. Achso, du bist ja schon. Ich bin von den Hunden in C3-4. So. So. Und weiter geht's durch die Wüste. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. So. Die ihn ist immer noch die größten. Oh mein God! Ein Crystal-Pinca! Ein Wookie. noch einer also wie gesagt wir müssen jetzt hier warum wie gesagt aber egal der typ hier treibt hier ohne arm und beide wir müssen jetzt hier das hier wieder bewässern so dass wir hier durchkommen habe ich doch gerade getan so du musst doch vielleicht auch mal ihn treffen also mit zielgenauigkeit hat es der ja da verpflichtet das da du konntest hier das andere mal über bessere mich hier gestorben ja weil es sich durch diesen sumpf nicht durchgeht dann müssen wir wieder verbessern so ganz logisch ach da hat er gerade über irgendetwas grüber gerollt ja hallo mein und wir rennen alle voraus ein Herzbegrüppel Crystal sucht dies noch mehr geh mal nach links du kannst überspringen wie war da nur in die den kann sie überschreiben die Macht hat ähm da war es wo du die Macht hättest benutzen können aber wo da hier drüben kann ich auch nicht zum Beispiel und da wo wo das hat mich gerade rüber geschoben so es war zu tun auf mich sogar der Kruppel ist schneller hm 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 ja warte ich mach das hm also die zähne wurde etwas gestrickt so lange war es auch gar nicht im vierten Teil oder nicht wirklich ja sie müssen ja trotzdem ein paar Leinen haben äh runter damit was ach ich haut ihn einfach mal runter joo und dann die Macht kannst du wieder benutzen huuuu während ich mich mal tätige und das hier entwässere ach entwässer ja entwässere und bewässere ist ja alles das gleiche ich hab mich gewundert warum du das B wässerst und warum sterben wir in Wasser ne ja weil das giftiger Sumpf ist das doch klar das ist Lego alter guck mal ich lass Palme wachsen ja warum bleibt sie nicht weil das eine Let's Fail Palme ist jo eine Let's Fail Palme ja wenn du Palmen lang genug gießt immer diese Anspielungen auf Leute die gar nicht da sind wenn du Palmen lang genug gießt dann werden sie äh sein haarigen Kokosnissen schon groß ja äh äh ok kann ich irgendwas machen toll 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 ok ok ich kann ja was machen oh tut mir halt schaddrücken kann ich das könnte ich auch machen ja aber guck mal ich komm hier rüber da oben müssen wir hin da oben müssen wir hin schaddrückt kannst du mich nicht mehr ermitteln warte mal wiii oh damit kann ich Übi zurück schaddrücken was hier oh hier ist was zum zusammenbauen wir haben da oben die ganzen goldenen äh geh mal oben auf die Teile da da oben ja oder deshalb baue ich immer was zusammen wiii wir haben vielleicht auch noch wahre Jedi Meister ich glaube nicht ich glaub's auch nicht ich hack das hier mal für wen na zwei die zwei wir können jetzt eigentlich durch die Tür hier durch oder? nein ich will das hier nochmal ok was passiert da jetzt? weiß es nicht ja ah es wachsen Blumen ah